Leute, ich muss noch mal speichern, weil es gerade ein bisschen geleckt tut. Oh, ich muss ein bisschen leise eben zu bleiben. Oh, ich muss nicht noch mal sein. Ah, du guckst, der von mir her. Eigentlich ist das Spiel so simpel. Es ist ganz cool, dass man gar nicht spielen kann mit verschiedenen Zaubern. Das bringt ein bisschen abwechselnden Weilen, aber ich bin mit Frodo, warte. Ich hab mich jetzt nicht so schluck, 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 schluck. Ja, ein Troll in einer anderen Form. Noga. Oh, schluck mich. Es ist genau das gleiche Modell, na, es ist genau die gleiche Figur in einer anderen Textur. Ich bin so bitter, Leute. Oh, ich muss ein bisschen stechen. Oh, ich muss nicht fassen. Oh, mein, 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 mein. Halleluja. Ja, komm, willst du mich wieder stechen? Was ist das, was ist das, was ist das? Textur. So schütze ich mal. Die Dekoration ist ja wirklich schön hier. Schön wie es ist. Hallo. Hallo. Oh, da liegen zwei Sachen drauf. Zweimal. Und ein Kram. Cool. Bleib davon jetzt. Alter. Da kann ich mich auch hochheilen bis was weiß ich. Oh, ich kann kein Kram mehr. Da war ich noch nicht, ja. Das sieht gut aus. Entschuldigung, alle. Ach nee, für den Kommissar. Oh, hier war so ein bisschen müde. Das war noch ein bisschen. Das war noch 47, glaub ich jetzt. Hä? Was ist denn hin? Hä? Ich muss aber andere gut gehen. Da gibt es noch so ein paar Viren, wo der mir irgendwie Angst macht. Ne, jetzt nicht mehr. Oh ja, ich steck dir da einen Stock in den Arsch. Hm. Hm, nein. Hä? Hä? Äh. Äh. Hm. Hm. Ich hatte da runter sollte ich auch nicht. Hier war der Hebel. War vielleicht noch irgendwas hier? Eingang oder so was? Nö. So. Und hier vorne war nichts. Ist eigentlich verspäht. Gut. Und hier vorne... So ging das nur hoch. Wie sich auch nichts, wenn man umgeht. Ist auch nicht weiter, oder? Ne. Hm. Ich bin mal zurück. Komisch gemacht. Komisch gemacht. Komisch gemacht. Was war ich grad für den Zauber? Okay. Soll ich nicht nutzen? Telemana. Bis gar irgendwo konnte ich... Ah, genau. Das war's. Mit 1, 2, 3 und 4. Das sind eigentlich die 3, die ich brauche. 2, 3 und 4. Mal sehen. Was war hier jetzt? Nichts. Schön, dass ich jetzt rumsuchen muss, aber... Kein Plan gehört. 1, 2, 3, 4... Die Kamera spackt rum. Ey. Krass. Hier war der Hebel für die andere. Für die andere. Okay. Krass. Boah, hör auf rum zu spacken. Hier war ich noch nicht drin. Und... Und... BAM! BAM! Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, jetzt hab ich gedauern. Oh, ne Waffe. Jetzt stirb endlich. Oh, krass. So weit. Scheiße, komisch. So tot. Oh, krass. Wow. So rumspacken mit der Kamera geht mir echt auf den Sack. Speich doch mal lieber kurz. Na, okay. Das heißt doch, wenn wir sind. Sein Name, Aleja. Ja, das muss das hier. Wow. Kannst du mal von mal schießen. Ach, schloch. Äh, mehr aushalten tut er aber nicht. Ich glaube, wir sind jetzt deutsch, oder? Ich hätte es sagen. Okay. Sieht gut aus. Drei Durchgänge. Ich speichere mal lieber. Ich warte nämlich, jetzt kommt irgendwas. Warte, mir endet, endet das Spiel nicht nach Moria? Alter Film. Das ist nicht aufteilen und dann irgendwie so. Ich mache ihn wieder mal. Kann jetzt so auswählen schön sein. Scheiße. 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 Ich bin sogar älter als du. Ich mach jetzt es. Entschuldigung oder Was ist das Spiel wieder abschützt, ich muss ja halt sofort Also nicht noch einmal Ach ja, ich muss ja gar nicht mal Musik haben, so machen Oh Leute Du bist doch tot, oder? Oh, du bist tot Ich muss nicht verarschen So, war noch getötet Dieser schöne Incident ist so wunderbar Das ist aber auch ganz normal das Ende, aber ich habe gewonnen, mir auch diese scheiß Mühe Nerv mich Oh, Endboss, speichern Ja, das sieht gut aus Hm, scheint ein guter Rastplatz zu sein, aber bleibt von dem Brunnen weg Wer weiß, was da unten herumschwimmt und auf eine Mahlzeit wartet Du wärst nur ein kleiner Bissensam Es würde dich vermutlich wieder ausspucken Pippin, das ist keine... Gute Idee Lärischer Druck Wirf dich nächstes Mal selbst hin Dann sind wir dich los Hör Was ist das für ein Geräusch? Hört sich wie ein Hammer an Da unten sendet jemand Signale Wir müssen schnell weiter, bevor die Orks kommen Oh, ich dachte wir rasten jetzt Hallo? Na, da ist keiner Das sind alle meine anderen Ich will mehr als du, Gimli 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 ist schwul Ich sterbe Krachs Wo geben wir eigentlich immer meinen Lieblingsquarteller? Oh, meine Fresse Was ist? Wahämi Ich hab wie hoch vor es lohnt sich auch immer wieder hereinzurative Du up d d d d die 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 Was soll jetzt noch kommen? Es gibt ja noch viele Gegner. Ich hoffe, dass ich das sage. Es ist aber irgendwie, glaube ich, wahr. Da ist doch viel Mühe mit der Umgebung gemacht, ich glaube. Boah, die damaligen Verhältnisse haben sich schlecht gemacht. Aber die Gegner, was ist denn die Gegner? Was ist denn das? Naja, naja, naja. Ich weiß, dass es noch kommt. Ich weiß nicht, ob er das sterben hat. Boah, das ist gut. Habe ich da voll nicht drauf geachtet. Alter, du bist dich verarschen. Ja, das ist fair. Komm nur auf, ich will sie gerade anschlagen und sie schlagen mich. Das ist fair. Oh, wir... Oh, mein, ihr Fresse. Ich weiß schon, ich will keine Ahnung. So, dann ist die Bandschütze. Klar, das ist ja eine. Ich muss doch nicht mal hingucken. Ja, danke, ich spreche. Auch nicht. Boah, die Kamera. Das ist ja so grausam. Voll ins Facecam. Mann, sch. So, ich verspeichern. Das ist alle, wie ich sag, warum ich das mache. Oh, das sieht schön aus. Oh ja, jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir. Danke. Ich hoffe, du hast recht. Ich auch. Ich habe diesen Ort satt. Der ist so kalt und dunkel. Wo genau sind wir, Herr Gandalf? Ich glaube, in den oberen Hallen. Vermutlich in der 20. oder 21. Sie wurden alle geplündert und sind für Orks nicht interessant. Sie bevorzugen die unteren Ebenen, auch wenn der Schatten der Angst darauf liegt. Angst wovor? Durins Fluch. Ein dunkles Geschöpf, das von Mithril suchenden Zwergen freigesetzt wurde. Sie gruben zu gierig und zu tief. Genug von der Vergangenheit. Mich interessiert die Gegenwart. Kann ich auswählen? Wir haben wohl keine Wahl. Höhlentrolle! Voll Mann. Höhlentrolle. Guck mal, das ist sogar Trolle. Höhlentrolle. Höhere du dich um die Trolle. Ich suche einen Weg. Pass. Nein. Ach, ich dachte. Cool. Äh, was? Äh. Kann ich jetzt eine Trolle an? Oh, geil. Machst du den Dürben. Ja, das ist cool. Ja, das war eh schon wieder tot. Ja. Ja. Darum auch. Jetzt mal fangst du mit dieser Gruppe. Ja. Weg mit unserem Dürben. Äh. Hallo. Ach so, ich soll den Weg rausheben. Ach ja, stimmt. Man, ja. Kann ich auch nicht geschoben werden. Aber das ist einfach die Eingabe. Gabe-Taste. 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 Äh, lol. Ach so! Ach so, DIE! ... Teile meinten sich. Ich dachte, das ist die große Statue in der Mitte. Ach so, ach so, ach so. Ach so. Ach so. Ach so! Ja. So! Ich muss Enter dafür gedruckt halten. Was für Scheiße ist das denn? Wer deckt sich so im F*** aus? Dumme Steuerung. Das ist wohl geil doch nicht. Warn ich will mit Feinden. Warte, der steht nicht vorbei. So. Kommt aus der Halle. Aus der 21. Halle. Wo muss ich rein, wo muss ich rein, wo muss ich rein. Wie cool, dass alle hier sind. Das finde ich richtig toll. Nicht alleine.